Ich hab ein Zerkleiden. Wir werden ja sehen, wie ihr als Verlierer rausgeht. Und Spoiler Alert. Ich bin's nicht. Spoiler Alert. Ich war's doch. Und eventuell sogar das Wink. Festhalten, halt dich festzum. Das ist jetzt sehr kritisch. Sport. Ich bin's nicht. ich habe meistens sehr klein ich habe einen sehr kleinen was sie eingetragen wir haben das niemals bezahlt für sie sie wurde einfach die angehalten also ich muss auflegen sonst hirst du gleich komische geräusche a few moments later und ich bin glücklich kann ich kurz mein telefon abwenden und wenn die aus will sie noch am telefonieren five minutes later mal an den streifenwagen wenn ich mir einfach suchen ja an meinen streifenwagen was machen wir denn das kind ist darunter gelaufen die treffer und es passiert wie zum fick bist du gestorben komm das das war nicht ich hab das licht an warum geht ich hab mich angeguckt das war so gruselig du kannst mich machen nein aus böser geist verdub jetzt wir wollen dich doch nur einfangen wo ist diese scheiß Rudopuppe er macht nix aber der Rudopuppe umfangen hört sich doch easy an oder ja 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 also ich glaube an euch ihr schafft uah naja ich bin auch müde ich bin auch müde mich ich gelenos wir fahren im donkeren Rumpen o ey Hey! Da läuft einfach weg Weiße. Dann mach ich mich nicht wieder an. Hallo! Jetzt? Ne, im Keller. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin im Keller. Ich bin im Keller! Dann komm doch wieder raus. Ich bin hinter dir. Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Hallo! Ich bin im Keller! Keller! Ich bin im Keller! 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 Ja, warte ab, bis du irgendwas hörst. Oh, tschüss. Ah! Ah! So. Ah! 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 Tür hat ja geklemmt. Was? Was ist? Was willst du? Warum sagst du nicht, na? Thai. Nein. Sorry. Jetzt der Bucklerwahl wieder irgendwo futtern, das ist halt so langweilig und diese Schlüsselleute sind halt nicht online. Äh, nicht. Sauer auch auf Tom? Ich? Ja. Immer. Ich auch. Weißt du, warum er nicht lange schaut, du musst auch so auf ihn sein, weil du da warst. Oh, hinter uns ist einer. Ich fahre jetzt wieder drauf, der quer mit einem ist auf dem Gegenverkehr rausgekegelt. Nein. Ja, der fährt hier auf dem Sand wegen, äh, näher dem Mais. Müssen wir rausspringen vorher? Ich weiß, ich kann nicht schwimmen, ne? Ah! Nein! Puh! Ich hab mich abgerollt aufs Stein. Ist alles okay. Hey, weißt du, wir haben Rücken. Ah, okay. Ja. Ja, Leute. Wir sind los, wir sind zu dem... Ja, noch mal. Ja, noch mal. Das ist nur Fiegen, 1055. Auf der Wege. Fiegen dort westlich ab, fahren jetzt ohne Kakao. Wie? Uhu! Hier ist der Motorrad gut. Ja! Ja! Da kannst du sagen, was passiert ist. Wir sind auf dem Feldweg gerade Richtung, äh, 50er beim Damm oben. Fahr'n? Auf bloß! Ja, auf der использовать! Mit Stichern wieder runter? Ich bin gut. Hab'n sie Flügel angeraut oder das Ding oder was? Ich weiß nicht. Wie soll ich hier wieder runterkommen? Richtung Osten wieder abgebogen, beim Taschenplanen. Ding wieder hoch. Richtung... ... ähh... ... gegen baum ist geklappt in der stadt rumballern natürlich haben die konsequenzen also machen sie dann einfach nur da wo es keiner ja ja ich war kurz weg, er hat zu viel geschrieben die schanina alle kinder gern jetzt zur weihnachtszeit wenn es schneit und alles weiß ist frei und frei weihnachtsmann, da haben wir einen langen brief geschrieben wir werden irgendwann einfach überfahren ich sehe doch jetzt schon kommen, dass er die schalltür aufmacht und mich wegficken will du weißt gar nicht wie du darauf kommst komm, mach es danke nochmal für ein gespräch die wir von hatten die da die da, du musst da runter schon was in der arbeit das war jetzt keine absicht ähm, sind sie gestellt und äh getötet ah, ich glaube tot ja, vorhin klingt das wie wir ja, das war ja, das war ja, das war wir hören ja, das war uns wenn alles